Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon95, der Fortuna-Podcast Folge 70. Und die themedeutigen Sendungen sind immer das Geduldsspiel gegen Mainz. Dann reden wir so ein bisschen allgemein über die Ausbildung bei Fortuna, die zweite AB-Jugend. Dann müssen wir natürlich auch sprechen über die Themen, ob Politik ins Stadion gehört. Und in dem Zusammenhang sprechen wir dann auch über Kan Ayhan und Kenan Karaman, die bei zumindest einem Spiel der türkischen Ausführungsmannschaft salutiert haben. Jetzt begrüße ich erstmal den Micha. Guten Tag zusammen. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt mit Kan Ayhan und Kenan Karaman. Micha, es gab da mehrere Gespräche vor und danach mit gezwungen, nicht gezwungen, Gruppenzwang, sich der Bedeutung dieser Geste nicht bewusst. Die Türkei marschiert gerade nach Syrien ein, beziehungsweise greift gerade Kurden im syrischen Gebiet an. Könnt ihr zuhauf nachlesen, wenn ihr wollt. Micha, wie findest du mal losgelöst von allem, dass ein Team gemeinsam einen Jubel hat? Ja, an sich ist es ja, sag ich mal, nichts Schlimmes. Ja, ich kann auch verstehen, dass man dann, sag ich mal, wenn es halt alle aus der Mannschaft machen und du dir nicht weiter darüber nachdenkst, einfach mitmachst und dir dann erst im Nachhinein, sag ich mal, die Bedeutung deswegen oder dass es halt nicht allen gefällt, was man macht, dass das dann im Nachhinein erst klar wird, man vorher nicht drüber nachgedacht hat. Was man zum Eihahn wenigstens sagen kann, ist, dass der beim nächsten Mal, als es drum ging, als er sein Kopfballtor gegen Frankreich gemacht hat, wurde er ja auch dazu gedrängt, sag ich mal, zu salutieren, aber hat sich dann von seinem Mitspieler nicht bequatschen lassen, ein bisschen mit denen in die Haare gekriegt und ist dann einfach weggegangen. Sag mal so, das heißt ja schon, dass er dann gecheckt hat, okay, das wird nicht so gern gesehen und dann ist mir mein Verein in dem Moment, glaube ich, wichtiger, als jetzt der Gruppenzwang der Nationalmannschaft. Es geht ja bei der ganzen Sache halt auch wirklich um diesen Militärgruß, der halt, das oder das Salutieren, halt den Truppen Glückwünsche, Gesundheit und Erfolg zurufen soll. Problem ist halt, kritisieren wir in Europa oder unsere Politik in Europa und Menschenrechtler sehr stark das, was die Türkei da gerade tut. Deswegen, Chapeau, dass er es gemerkt hat. Micha, wo ist das gegen Mainz im Stadion? Wie sehr hat sich diese Politik, dieses Salutieren und Nicht-Salutieren, das Winken von Karaman im zweiten Spiel dann, das Gruppenfoto mit dem Salut und was da sonst noch passiert ist, wie hat sich das im Stadion wieder gespiegelt? War das ein Thema, war das kein Thema? Meiner Erachtens war es halt kein Thema mehr, weil man es halt, als man dann die Rüge dafür bekommen hat und beim zweiten Mal dann halt nicht mehr gemacht hat. Damit hat es sich ja eigentlich erledigt. Das ist dann so dieses, man hat was falsch gemacht, wurde darauf aufmerksam gemacht, hat es beim nächsten Mal nicht mehr gemacht. Und damit hat sich das Thema erledigt, glaube ich, auch innerhalb von Fortuna und auch bei Eihann und Karaman, so was jetzt die Nationalmannschaft draus macht. Ob da jetzt irgendwie jetzt ein bisschen Stress bei denen ist, das ist dann, sage ich mal, ein ganz anderes Thema. Aber bei mir und meinen Fortuna-Leuten war das eigentlich konstant so ein Fehler gemacht und dann besser gemacht. Und damit hat sich die Sache auch erledigt. Können wir den Fußball von der Politik trennen oder können wir Politik vom Fußball trennen? Ich finde, man kann es nicht trennen. Das ist so, dafür sind auch zu oft irgendwelche Politiker bei irgendwelchen Spielen. Und dann, das hat ja auch, sage ich mal, was Verbindendes so, dass man dann auch irgendwie bei Länderspielen zum Beispiel Staatschef und so einnimmt. Aber ich finde man, oft heißt es ja von Leuten, die dann irgendwie sagen, ja, ich will doch nur Fußball gucken, geh mir weg mit Politik und so. Also, das sind halt manchmal auch Themen, ich sage mal so ein Tempolimit, eine Diskussion über das Tempolimit gehört nicht ins Stadion. Aber irgendwie so ein Thema, was halt so irgendwie Menschenrechte angeht oder Rassismus oder so, das gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall ins Stadion. Dass man halt den Fans, die vielleicht denken, dass Rassismus ganz okay ist, dass man denen zeigt, dass man als Verein keinen Bock auf die hat. Und das ist halt meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt. Das ist halt eher dann so was Menschenrechtsmäßiges oder was halt wichtig oder moralische Werte bedeutet und nicht unbedingt, ob jetzt ein Tempolimit auf die Straßenseilen oder ob man jetzt im Park einen Parkplatz hinbaut. Das sind dann so Sachen, die dann wieder meiner Ansicht nach da nicht hingehören. Aber das sind halt auch meiner Meinung nach unterschiedliche Dinge, obwohl sie unter das Feld Politik gehören. Mein Thema Politik ist, es gehört eigentlich nicht ins Stadion. Es lässt sich natürlich dann nicht vermeiden, wenn der Fußball oder das Medium Fußball dann halt bewusst oder unbewusst benutzt wird, um halt dann eine politische Meinung zu zeigen oder die halt zu bestärken. Zum Beispiel, ganz wichtig kann man in der Historie sehen, deutsche Historie, DDR. Da haben Spieler nach dem Tor halt öfter mal den Hitlergruß als Jubel gemacht. Da gibt es natürlich dann noch andere Sachen in der Geschichte mit verschiedenen anderen Symbolen, die da getätigt worden sind. Das gehört einfach nicht in den Sporen. Und meiner Meinung nach sollten auch Spieler, die halt in Ländern spielen, zum Beispiel in Deutschland, in England, wo es halt, weiß ich nicht was, nicht diese politische Meinung gibt, diesen Gruß halt auch nicht machen. Also somit solltest du dir nicht bewusst werden. Klar, jetzt kann man sagen, ja, der ist türkischer Landsmann, der kann das machen. Und ich möchte mich jetzt auch nicht auf Diskussionen einlassen, ist jetzt Gündogan Türke oder nicht? Oder wie muss man das behandhabt haben? Das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz brennendes Thema. Wenn ihr darauf Bock habt, können wir gerne mit euch da in Diskussionen treten, vielleicht mal ein Gruppengespräch, ein Podcast führen, einfach nur, um das für uns persönlich als Fußball-Community aufzuarbeiten. Aber eigentlich wollte ich jetzt zum Spielen und ich finde keine Überleitung. Micha, wir haben gegen Mainz knapp gewonnen, vor tun haben wir überlegen, aber es fehlte irgendwie Kreativität. Man war nicht zwingend genug. Mainz hat eigentlich nur auf 0 gespielt, weil vorne ging bei denen irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, wirkte halt irgendwie, wie man im Pokal ging. gegen einen schlechteren Gegner spielt. Für mich war Mainz überhaupt gar nichts. Also das war die einzige Frage, die ich in dem Spiel hatte, war, schafft es Fortuna ein Tor zu machen oder nicht? Weil von Mainz kam wirklich überhaupt nichts. Also wie du schon sagst, das wirkte halt wie so ein Pokalspiel gegen irgendeinen Viert- oder Fünftligisten, der sich halt komplett nur hinten reinstellt und irgendwie die Null halten will und sich denkt, ja, vielleicht rutscht mal vorne einer durch und dann machen wir ein Tor. Aber ja, das war eigentlich von Mainz nix. Und ja, außer, dass die halt hinten gut standen und dann Fortuna zu kreativlos war, um lange Zeit da irgendwie durchzukommen. Ich denke aber, dass die Kreativlosigkeit, die wir wahrgenommen haben, in der Taktik liegt. Fortuna spielt 5-2-3, was, wenn man das offensiv verschiebt, in ein 3-4-3 halt ziemlich offensiv wirkt. Da Mainz aber oftmals im Mittelfeld eine Überzahl hatte, weil die Stürmer einfach sehr tief standen und dann halt die Viererkette an den Tag kamen, haben wir oftmals gar nicht das Tempo gehabt, um wirklich dieses 3-4-3 so zu verschieben, dass wir Lücken und Platz haben. Es wirkte dann oftmals eher, dass in der Mainzer Hälfte im Mittelfeld halt sehr, sehr viele Spieler von Mainz, sehr, sehr viele Spieler von uns waren. Ja, alle. Das ist es ja. Und dann flog irgendwann der Ball zurück. Dann war Hoffmann da oder Eihann da. Die spielten dann zu Steffen. Der kloppte den Ball dann auf den Flügel. Und das ging dann irgendwie die ganze Zeit zu. Wir haben auch einige gute Chancen liegen gelassen, leider. Da war der Zentner, hat gut gehalten. Leider mal wieder gegen Fortuna. Ja, also ich bin ein Freund der Mainzer Torwartschule. Die haben irgendwie der erste, zweite, dritte Torwart. Die sind alle auf einem Niveau. Ich habe keine Ahnung, wie die das schaffen und wir das nicht. Aber das ist wahrscheinlich dann ein Thema, was wir am Ende dann über unsere Jugendarbeit oder zweite besprechen werden. So, Zimmermann, vielleicht noch interessant war, im defensiven Mittelfeld bleiben Bozek und Sobotka, aber wenn die fit sind, doch die erste Wahl. Das wäre meine Vermutung, auch wenn ich schade finde, weil Zimmermann hat mir im defensiven Mittelfeld richtig gut gefallen. Gut gefallen hat mir dann halt auch, dass dann auf der Rechtsverteidiger-Position Platz für John Zimmer war. Weil ich finde es ja eigentlich schade, dass wir mit Zimmermann und Zimmer zwei Rechtsverteidiger haben, die meiner Meinung nach beide in die Startelf gehören. Meistens ist dann der Zimmer halt vorgerückt ins rechte Mittelfeld, nimmt dann aber einem von unseren Offensivspielern, sage ich mal, den Platz weg. Deswegen, ja, sage ich mal so, ist es halt eine Lösung, die das Rechtsverteidiger-Problem oder das Luxus-Problem auf der rechten Verteidiger-Position löst, aber dadurch dann halt ein Problem im defensiven Mittelfeld entsteht. Dadurch halt, dass, ja, dadurch halt, dass dann, wenn Sobotka und Bozek, wenn die fit sind, müssten die eigentlich eher spielen im defensiven Mittelfeld als halt der Zimmer. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass mir Zimmermann im defensiven Mittelfeld richtig gut gefallen hat und ich den da eigentlich gerne häufiger mal sehen würde. Ja, aber was mir halt auch aufgefallen ist jetzt zu dem Spiel, ist, dass das Spiel teilweise Parallelen hatte zur letzten Saison zum Spiel gegen Hertha BSC Berlin in der Hinrunde, als man dann die Niederlagenserie hatte und dann spielt man gegen einen Gegner, der dann in der ersten Halbzeit eine gelb-rote Karte gekriegt hat und man dann eigentlich im Nachhinein verdient, vollkommen verdient gewonnen hat und dann erst die Saison so richtig angefangen hat. Und vielleicht ist das ja ein gutes Oben für jetzt die Saison auch, dass es jetzt halt richtig losgeht mit den Punkten sammeln und dass man dann, ja, dass man sich in einen sichereren Bereich begibt als aktuell. Also mit Paderborn, Aue und Köln hast du auf jeden Fall die richtigen Gegner dafür, um halt da jetzt nochmal eine Serie zu starten. Gegen Paderborn, die sind schlagbar, die stehen hinter uns in der Tabelle, die müssen wir eigentlich besiegen. Aue ist eigentlich ein Pflichtsieg, nächste Runde Pokal und dann kommt halt der erste FC aus Müngersdorf und gegen die musst du halt, wenn du nicht absteigen willst, auch gewinnen. Klar haben die Anthony Modest, die haben Simon Terodde und was weiß ich noch wen, aber gegen die musst du halt dann auch drei Punkte mitnehmen, um halt wirklich zu sagen, okay, jetzt sind wir fast in der Winterpause und wir sind ein bisschen freier, was die Punkte angeht vom Tabellenende. Ja, ich würde sagen, Köln ist nochmal ein Derby, das ist natürlich auch wieder mal was ganz anderes, aber eigentlich muss man gegen Köln gewinnen, weil Köln spielt auch gegen den Abstieg und das sind halt genau die Spiele, die man gewinnen muss. Dann würde ich sagen, bevor wir gleich die Zwote etc. durchsprechen, hauen wir die wichtigste Meldung der letzten Wochen raus, die es in den Fortuna-News gab. Fortuna verpflichtet Spielerfrau. Also, lass mich raten, ich könnte jetzt nur raten, welche Zeitung das geschrieben hat. Ja, also ich hab mal so ... War bestimmt die New York Times, oder? Ja, genau. Ja, also ich sag mal so, in dem Wortlaut selber war es jetzt, glaube ich, so Sport 1, aber das haben halt die meisten Zeitungen, die darüber berichtet haben, haben es halt irgendwie in einem Kontext gemacht, von wegen, dass es ja lustig ist, dass man eine Spielerfrau verpflichtet. Und das war halt dann, sag ich mal, einfach eine ... Das war ein unnötiger Artikel oder ein Artikel mit einer unnötigen Schlagzeile einfach nur ... Also, ich finde den Artikel an sich nicht unnötig. Nee, ich ... Weil ich ein bisschen weiß, was dahinter steht. Ja, genau, das meine ich ja, dass man da eigentlich ... Das ist halt eine gute Sache eigentlich ist, aber dass man dann halt so eine Überschrift wählt, die dann irgendwie so einen Quatsch suggeriert ... Oder einfach mal, sag ich mal, natürlich, das suggeriert dann ein bisschen, oh, was ist da denn los? Ich lieg's mal rein und dann denkst du dir so, ja, okay. Aber das soll einfach nur so diese ... Ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein Klischee. Aber Jessica Contento, die Frau von Diego Contento, die soll jetzt Jugendspielernachhilfe geben. Das macht sie natürlich nicht ganz persönlich, sondern Fortuna kauft praktisch sie ihre Dienste und die 2017 gegründete Online-Nachhilfe-Plattform-App halt mit dabei. Die Spiele bekommen halt durch sie und ihr Team halt ein etwas intensiveres Controlling, aber damit sollen auf jeden Fall Spielern generell in Sprachen und in ein paar anderen Sachen Nachhilfe gegeben werden, um die halt besser integrieren zu können in das ganze Team. Ja, und das an sich ist es halt eine sehr gute Sache und auch eine logische Sache, wenn sie, sag ich mal, eine Firma hat, die sich um Nachhilfe kümmert. Warum soll man die Dienste dann nicht nutzen oder sie dann nicht einstellen, um dann was für die Jugendspieler zu tun? Die Firma hat aber auch in den knapp zwei Jahren, die die jetzt operiert, halt auch einen sehr, sehr guten Ruf. Für die ein oder andere von euch wird es natürlich kennen, wir machen jetzt hier keine Werbung, aber weißt du, Werbung für sich gemacht hat? Maduka Okoye, der wurde nämlich in 73 Minuten eingewechselt. Für die, die ihn nicht kennen, er ist unser Stammkeeper bei der zweiten und er hat für die Nationalmannschaft von Nigeria sein Debüt gegeben gegen Brasilien und in den letzten 30 Minuten auch kein Gegentor mehr kassiert. Ja, das ist, der wurde letztes Mal auch schon, also der wurde jetzt das zweite Mal nominiert, dieses Mal, da sich der erste Torwart verletzt hat, wurde er halt eingewechselt gegen Brasilien, kein Gegentor kassiert. Ja, scheint ein guter zu sein, sag ich mal. Ich habe leider noch nicht das Glück gehabt, ihn persönlich zu sehen, weil immer wenn ich bei der zweiten war, hat er gerade nicht gespielt, sondern irgendwer anders. Also wir haben ja, also ich habe ja damals mit dem Jens ein paar Folgen gemacht zur zweiten und wirklich, also überzeugt war der Jens von ihm nicht. Also von seinen Fähigkeiten ja, aber der Jens fand damals, er ist ja Stadionssprecher bei der zweiten, der ist oft viel in dem Umfeld und der fand ihn halt ziemlich abgehoben. Er hat sich irgendwann darauf was eingebildet, über den Profi-Vertrag und ähnliches und hätte ja auch eine lange Zeit lang nicht gespielt. Mal gucken, wie es jetzt ist. Mit so Resultaten entfiehlt man sich natürlich für vielleicht größere Aufgaben, mal gucken, was nach dieser Saison oder im Winter bei uns in der Fatul auf der Torwart-Position möglich ist, weil wir da einige Verträge haben, die auslaufen. Spieler, die vielleicht fit oder nicht mehr fit werden, so ein kleines bisschen mal die Würfel auf den Tisch werfen. Ein Spieler, der auch irgendwie Würfel auf den Tisch geworfen hat, ist Rowan Hennings. Der hat seinen Vertrag verlängert. Offiziell gibt es keine Vertragsdauer. Micha, was könnte das für Gründe haben? Angeblich hat er um zwei Jahre verlängert und es soll eine Option geben, da noch mal ein paar Spiele draufzupacken. Ich weiß nicht, was es da für Gründe oder die Gründe. Könnte sein, dass es halt noch nicht sicher ist, wie lange er jetzt verlängert hat. Ich habe jetzt gehört aus einer Quelle, dass er jetzt nur um ein Jahr verlängert hat, plus Optionen, wenn er in der nächsten Saison eine gewisse Anzahl an Spielen macht, dass dann noch mal ein Jahr draufkommt. Aber mich hat es halt gewundert, dass es von Fortuna aus keine offizielle Angabe gibt, wie lange der neue Vertrag gilt. Ein Indiz dafür wäre halt, dass es dann per Option sich verlängern kann. Hat mich halt gewundert. Es ist normal eigentlich, dass man sowas nicht sagt. Nur es ist halt untypisch für Fortuna, dass man es halt dann nicht kommuniziert. Unsere Vereine machen das eigentlich ständig, dass man sowas nicht kommuniziert. Oder halt dann liest man irgendwann mit Optionen. Ja, aber bei uns eigentlich nicht. Weil sonst hat man ja bei Fortuna immer irgendwie, weiß nicht, als man damals mit einem Loverin verlängert hat, dann hat man irgendwie Hashtag Loverin und dann 2020 dahinter oder 2023 hintergesetzt. Also, dass man praktisch die, dass man die Dauer noch mal hervorgehoben hat, dass die ja, aber das war dann bei so Spielen wie halt Loverin, Sobotka und halt wo man schon über irgendwie drei, vier Jahre verlängert hat. Kann sein, dass das deswegen jetzt nicht so an die große Glocke gehangen wurde, weil Hennings sich ja beim ersten Vertragsentwurf auch beschwert hat, dass er nur für ein Jahr verlängert werden sollte. Deswegen haben die sich wahrscheinlich dann auf die Option auf dem Zweizier geeinigt. Aber ja, wie gesagt, hat mich einfach gewundert. Wo du gerade Hashtag sagtest, Hashtag Megafon95, mir mal eine Frage an die Community. Möchtet ihr häufiger solche Themen folgen, haben wir heute? Dass wir zum Beispiel über die zweite sprechen oder über Politik. Wollt ihr das eher haben? Oder sind euch die News, die wir besprechen, gar nicht so wichtig, weil ihr das in anderen Gruppen tausendmal schon mitbekommen habt? Wäre eine kurze 10-Minuten-Folge, 15 Minuten kurzes Spiel besprechen und dann raushauen, wäre euch das viel lieber, als jetzt eine halbe Stunde Podcast zu hören. Was wäre ich am liebsten? Schreibt in die Kommentare auf YouTube. Schreibt uns gerne auf Facebook oder den Post der aktuellen Folge. Einfach nach Megafon95 suchen. Dann findet ihr uns. Wir haben auch eine Gruppe, die könnt ihr auch gerne beitreten. Wir wollen da mehr Zeug rausholen. Wir haben auch einen Twitter. Den ist der Micha momentan noch sehr krass am Betreiben. Natürlich geben wir auch einen Instagram. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne teilen mit dem Hashtag Megafon95. Da kommt nichts mehr von Micha. Dann würde ich sagen, rutschen wir einfach in die zweite. Einfach mal rein. Wir können natürlich, wenn euch das interessiert, von letzter Saison, das war die erste Saison von dem Trainer Nikolaus Michati, da habe ich zwei Folgen mit dem Jens gemacht. Retrospektiv, können wir noch mal reinhören. Vielleicht kommt da auch noch mal demnächst was. Wir müssen den Jens noch mal so ein bisschen bearbeiten. Und dann klappt das vielleicht auch mal wieder. So, Trainer Nikolaus Michati spielt in der vierten Liga, der Regionalliga West. Momentan ist man auf Platz 15. 16 bis 19 sind die Abstiegsplätze. Micha, dann hau mal so ein bisschen die Keyplayers, die wichtigen Spieler raus. Ja, das ist ja der Hauptgrund, warum wir das jetzt machen, ist halt, dass ich mir denke, ein bisschen Allgemeinbildung zu der zweiten und A- und B-Jugend könnte man mal gebrauchen. Und man könnte vielleicht auch mal ein oder zwei Spielernamen mal gehört haben, wenn man sich dafür nicht interessiert. Und deswegen habe ich mir halt meiner Meinung nach mal wichtige Spieler rausgesucht, dass man mal den Namen gehört hat, sage ich mal so. Also, ja, da gehören zum Beispiel dazu Muduka Okoye. Über den haben wir eben gespielt. Nationalspieler von Nigeria. Torwart, 20 Jahre alt. Sollte man meiner Meinung nach auf dem Schirm haben. Ja, andererseits auch Moritz Montag, Rechtsverteidiger der zweiten. Den habe ich jetzt besonders in Erinnerung, weil ich beim Spiel der zweiten gegen Bergisch Gladbach war. Ich habe bis jetzt viel Gutes von ihm gehört. Habe den dann, ja, letztens gesehen selber auch. Und da hat er mir auch sehr gut gefallen. Deswegen ist auch, sage ich mal, Moritz Montag einer. Den kann man schon mal gehört haben. Das ist schön, weil ich hatte Moritz Montag in Erinnerung, dass er ein bisschen reaktionsschwach ist, manchmal so ein bisschen den Fokus auf das Spiel verliert. Aber wenn er das abgestellt hat, dann freut mich das für ihn. Wir dann Leander Goralski, der Kapitän der zweiten. Halt, wenn Lumpi gerade nicht spielt. Ja, Lumpi spielt auch noch in der zweiten. Wir haben, wenn Lumpi nicht auf dem Platz ist, ist halt Leander Goralski, Innenverteidiger, 25 Jahre alt, Kapitän. Dann Linksverteidiger Georgios Siadas. Hat einen Profi-Vertrag, sollte man deswegen auch erst recht kennen, wenn er halt einen Vertrag für die erste Mannschaft hat. Spielt er denn in der zweiten mittlerweile Linksverteidiger? Weil vorher war er oft eher linksaußen. Ja, der ist halt jetzt schon ein bisschen länger verletzt, deswegen habe ich den jetzt nicht gesehen. Aber er hat auf jeden Fall einen Profi-Vertrag. Der Verein wird sich dabei, glaube ich, irgendwas gedacht haben. Dann kann es ja keine komplette Pflaume sein. Genauso wie Siadas hat auch Schienter Appelkamp einen Profi-Vertrag. Ist aktuell der Top-Torschütze, ist 18 Jahre alt, hat drei Tore gemacht. Und in der ersten Mannschaft in Testspielen Rechtsverteidiger gespielt. Ja, das hat mich halt auch gewundert, dass der dann bei Testspielen der ersten Mannschaft als Rechtsverteidiger spielt, obwohl er eigentlich offensiver Mittelfeldspieler ist. Zumindest auf dem Papier. Ein anderer Spieler, der mir beim Spiel gegen Bergisch-Blattbach besonders positiv aufgefallen ist, ist Enrique Lofolomo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Defensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt. Hat sich gut durchsetzen können, war technisch gut, hat schöne Pässe gespielt. Ja, hat mir gefallen. Und noch der andere Top-Torschütze, Timo Bohnemann, Stürmer, 18 Jahre alt. Ja, der Top-Scorer von der zweiten ist Max Wegner, 30 Jahre alt, also schon Führungsperson, hat zwei Tore und vier Vorlagen gegeben. Ja, ich sage mal so, dass man ein paar Namen schon mal gehört hat und man ein bisschen auch mal was von der zweiten weiß. Max Wegner soll halt so ein bisschen auch ein Liederfigur sein. Bisschen Routine reinbringen. Genau, du kannst halt in der U23, ich habe vergessen, drei oder vier Spiele über 23 darfst du haben, die halt dann dem Team halt so ein bisschen Charakter mitgeben können. Micha, wie schätzt du das momentan ein? Platz 15 nach einem eigentlich guten Saisonstart. Kommt die Mannschaft noch mal in Bredouille wirklich krass ab, vielleicht auch abzusteigen? Ja, leider habe ich das Gefühl schon, obwohl die mir eigentlich spielerisch gefallen haben, jetzt zum Beispiel gegen Berge-Schlattbach. Aber Berge-Schlattbach ist halt auch letzter und schon abgeschlagen letzter. Da weiß ich halt jetzt nicht, ob das dann jetzt in dem Spiel, ob das jetzt heißt, dass die sich mittlerweile wieder gefangen haben oder ob das jetzt einfach nur am schwachen Gegner lag. Danach das Spiel gegen Wattenscheid haben sie dann wieder 3-0 verloren, was eigentlich auch ein direkter Konkurrent gegen die Abschiedsplätze ist, sage ich mal. Ja, das nächste Spiel ist dann gegen Rot-Weiß-Essen. Die sind eigentlich eher oben in der Tabelle zu sehen. Das Spiel gucke ich mir aber auch an. Und ja, da wird sich zeigen, ob es dann nur ein bisschen im Tabellenmittelfeld landet oder ob man dann sich wirklich Sorgen machen muss, die Klasse zu halten. Ja, Rot-Weiß-Essen. So, kommen wir von Rot-Weiß-Essen in die A-Jugend und dort steht nämlich überraschend unsere Fortuna auf Platz 2. Klar, es gibt 14 Teams, es sind erst 8 Spieltage gespielt, die ersten 2 Mannschaften kommen in die Meisterschafts-Playoffs, Platz 12 bis 14 steigen ab. Klar, man ist in der ersten Runde gegen Hannover ausgeschieden. Michael, jetzt machen die richtig schön Dampf. Aber natürlich, das Jugendleistungszentrum hilft, die verbesserten Möglichkeiten zu trainieren und natürlich ist Sin Sasuka auch ein Trainer, der viele frische und coole Ideen mit in das Training reinbringt. Wer sind denn in der A-Jugend momentan so die Key-Players, die du beobachten konntest? Ja, bei der A-Jugend, da habe ich jetzt kein Spiel wirklich gesehen. Das heißt, ich berühre mich auf Leute, von denen ich schon mal gehört habe, also die mir zugetragen wurden, dass das gute Spieler sind. Oder zum Beispiel jetzt bei Dennis Gorka, Torwart, 17 Jahre alt, war auch schon mit der ersten Mannschaft im Trainingslager. Heißt auf jeden Fall, da wird schon mindestens ein bisschen Talent gesehen. Ja, dann Tim Korsten, Innenverteidiger, 18 Jahre alt, laut Transfermarkt.de, das ist der einzige aus der A-Jugend, der, sage ich mal, einen Marktwert hat. Sind dann zwar in Anführungszeichen nur 25.000, aber ich sage mal so, allein, dass er im Vergleich zu den anderen einen Marktwert hat, sollte man vielleicht schon mal gehört haben, den Namen, wenn man sich auch mal für den Verein ein bisschen tiefergehend interessiert. Dann Daniel Kankam Keireva, offensiv Mittelfeldspieler, 18 Jahre alt, hat jetzt in 8 Spielen 5 Tore geschossen. Sollte man deswegen auch mal vielleicht gucken, dass man den auf dem Schirm hat. Burak Yezielay, Stürmer, 18 Jahre alt, 8 Spiele, 4 Tore, ist UNUD 18 Spieler von der Türkei. Das könnten dann mal, sage ich mal, Spieler sein, die dann vielleicht mal in 4, 5 Jahren vielleicht auch mal bei der ersten spielen. Ja, deswegen, dass man da ein paar Namen mal gehört hat aus der A-Jugend. Kommen wir zu unserer sehr prominenten B-Jugend. Okay, die spielen zwar nur auf Platz 8, momentan auch dort gibt es 14 Mannschaften, 10 Spiele sind gespielt, spielen auch in der B-Jugend-Bundesliga West. Momentan hat man 4 Punkte Vorsprung vor dem 12. Platz. Dementsprechend auch dort der Abstiegsplatz 14. Die ersten drei sind schon weit, weit vorne mit 11, 12 Punkten. Also kannst du eigentlich nur noch den klarsten Erhalt als Ziel setzen. Aber wir haben auch sehr zwei prominente Trainer. Ich habe es eben schon ein bisschen angeschnitten. Wir haben natürlich als Co-Trainer Heiko Westermann und Cheftrainer Jens Langnecke. Die lernen da so ein bisschen gerade die Trainertätigkeit in der B-Jugend. Oder wie könnte man das beschreiben? Ja, ich würde eher sagen, nicht, dass sie es lernen, sondern dass sie halt erste Erfahrungen sammeln, weil gelernt haben sollten sie es im besten Fall schon. Ich finde es halt lustig, dass Heiko Westermann Co-Trainer ist bei der B-Jugend. Das haben wir schon mal aufgegriffen, auch im Podcast, aber irgendwie verdrängt man das leicht, sage ich mal. Fand ich dann doch wieder lustig, wenn es einem so in die Erinnerung gerufen wird. Und ja, die B-Jugend ist halt eigentlich im Mittelfeld drin, sollte eigentlich auch die Klasse halten, ganz souverän. Ja, wichtige oder Spieler, die mir halt aufgefallen sind bei der Recherche, sind halt Max Koman, Mittelfeld, 16 Jahre alt, 9 Spiele, 4 Tore. Luca Tissen, auch Mittelfeldspieler, 16 Jahre, Kapitän, sollte man allein deswegen, weil er Kapitän ist, auf dem Schirm haben. Nils Gatzke, Stürmer, 15 Jahre alt, 9 Spiele, 3 Tore. Und dann Efriam Koloi, Stürmer, 16 Jahre, 9 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Ja, bei den B-Jugendspielern muss ich ehrlich zugeben, ist es auch schwer, sage ich mal, bei der Recherche so die exakte Position herauszufinden, weil man dann zum Beispiel, wenn man jetzt Aufstellungen sich durchliest oder so, dann steht da auch immer nur, ja, Stürmer, Mittelfeldspieler, Abwehrspieler, ob die jetzt links spielen, offensiv, defensiv, ist dann halt, sage ich mal, schwer zu finden, aber dass man dann zumindest mal, wie schon die ganze Zeit gesagt, Pana mal gehört hat und dann mal einen Überblick hat, dass es das überhaupt mal gibt. Ein bisschen Allgemeinbildung für den Verein wollten wir mal als Dienstleistung bereitstellen, sage ich mal. Dienstleistung, Dienstleistung, Dienstleistung. Wir sind nämlich der beste Fortuna-Podcast, den es gibt. Deswegen empfiehlt uns weiter. Wir sind Megafon95. Mittlerweile sind wir nicht mehr der einzige Podcast, wir sind immer noch der einzige Fan-Podcast. Deswegen empfiehlt uns weiter. Teilt uns auf YouTube, teilt uns auf Facebook, teilt uns auf Twitter. Ihr könnt auch gerne Zettel beschreiben mit Hashtag Megafon95 und die auf der Straße verteilen. Wir würden uns freuen. Ja, und dann, keine Ahnung, wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback, ob ihr mehr davon wollt, ob wir gewisse Themen ansprechen wollen oder wie, in welche Richtung ihr gerne hättet, wie wir uns entwickeln sollen. Sollen wir mehr Interviews machen, wie wir das mal eine Zeit lang hatten? Wollt ihr mehr Themengespräche? Wollt ihr einfach nur, einfach nur vom Knochen abgeschnitten? Ganz einfach 10, 15 Minuten kurz per News das Spiel besprechen und dann weghauen. Sagt uns, was ihr wollt. Ihr könnt uns auch gerne ein Image schreiben am projektmegafonpodcast.gmail.com und dann würde ich sagen, ich bin der Wampendribbler. Er ist der Micha und damit sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Gut kick in die Runde. Ciao.